hallo und ein herzliches willkommen meine lieben wir dürfen nicht pausieren okay dann machen wir das mal gleich mal zack zack so den stämmer dahin glaube wie groß kann man denn den umkreis hier so das passt der soll sich gleich mal darum kümmern dass die tiere alle wieder gesund werden und dann stellen wir gleich mal einen müllmann ein eine erschöpfung zu sterben der soll hier gleich mal alles auf vordermann bringen okay fühle ich mich krank und schmutzig hier okay tierpfleger das weiß ich hier drum kümmern und hier haben wir den hier dann haben wir hier oben gut dann haben wir fühle mich krank und schmutzig ja okay das verstanden jetzt was geht mit den oder utans möchte früchte essen könnte man doch rein theoretisch so eine früchte schon mal einfach hinstellen und können sie wenigstens ein bisschen was essen ich brauche noch mal so ein arzt das wird sonst knapp so schaut hier aus gut ich möchte früchte essen der dings kommt nicht hinterher ist viel zu kleines gehege und ist mir zu weich und okay machen wir das bloß mal bitte ein bisschen größer das ist schon ein bisschen klein machen wir das so so alle moment hallo jetzt hier du bist wie man dann haben sie früchte krass wollen sie auch noch gemüse klettern gemüse kann ich das verkaufen okay erst mal ums futter kümmern was haben die mir geht es prima okay oje rohes fleisch okay fleisch fleisch ist aufgebracht oh gott die farm ist ja wirklich so gott wird das zumindest gleich gemacht soll man da hinten ach so das ist das okay so jetzt kann ich mich mal um euch kümmern 30 bis 50 guck mal doch gleich mal nach und das da erstens das dann halt ich will klettern kratzen klettern so ein bisschen so sonst noch was ich will kletter ich hätte viel bergen okay ähm hier so das muss ja reichen wird oder ja und jetzt kommen wir zu euch ich will klettern okay 50 klettern machen wir bei euch auch ein wenig größer ich weiß gar nicht warum man das überhaupt so behindert macht ups das wollte ich jetzt natürlich nicht ähm gut okay ich will klettern ja dann hier bitte wenn das nochmal so ein kletterdings so ist das einzigste klettern das auch noch was da könnte auch klettern das machen wir unten auch rein es ist kein klettern oder was ach das ist hangel ja egal dass ihr macht das schon so was haben wir denn hier ähm klettern weicheren boden also die komische hüge gefällt euch nicht so ist weg weicheren boden was wollt ihr denn für den boden ähm 20 bis 40 bei der 40 da ist immer noch so ein bollen machen wir das da so darf der jetzt passen klettern okay so zack zack käfig machen wir auch ein kleines bisschen größer wird da was war das feiner der hier so gut das machen wir hier drumrum wieder weg gut da hinten kommt auch noch der tor äh die späne dings bumsen essen sägespäne ja gut okay ich will klettern okay dann brauchen wir den arzt nicht mehr dann können wir gleich mal ein bisschen geld sparen den arzt in der mitte lassen wir der kommt auch weg ähm gut gemacht du bist deinem ruf als retter in der not gerecht geworden die chinesischen behörden sind zufrieden mit deiner arbeit allerdings möchten sie auch dass der park wieder für besucher geöffnet wird locke wieder besucher in den park und geh auf ihre vorlieben ein der park war einst bekannt für die kunststücke der affen auch das sollte für dich kein problem darstellen trainiere die tiere mit hilfe entsprechender geräte und angestellten trainern okay kriegt man hin ähm die stelle hier mitten rein und der soll hier für alle tiere so ein bisschen zuständig sein ähm dann das schwimmt halt dadurch so ein paar trainingsgeräte hinstellen so nah wie möglich lassen platz sparen dann haben wir noch was das da können wir noch machen was ist das ein kleines baumhaus das ist ja süß ähm jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier da haben wir noch trommeln jetzt ein paar hinstellen die sind ja schön klein dann haben wir noch eine glocke eine glocke ähm dann haben wir ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs jo dann da stimmt was nicht ist ja nicht zufrieden wieder in den Bergen okay das passt immer noch nicht was ist das terrain terrain abründen okay jetzt passt es aber ähm der Müllmann macht irgendwie diese Aufgabe nicht ganz so verblüffend gut stehe ich den denn jetzt hin so und der hat hier sein Gebiet da hinten oder was ein bisschen kleiner machen so machen wir das mal auf komm geld das ist da und getränke und imbiss dann wollen wir gleich mal ein bisschen deko reinhauen dann ist es zu groß so für die besucher Mülleimer können die hier auch gestreichelt werden das würde mich jetzt interessieren das dürfen wir bestimmt auch noch ein machen erreiche ein durchschnitt tidings level halte 15 naja okay 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 da ist eine Ratte Auslastung 0% ja dann gehen wir hier in den äh in den Dings ähm sie schneit es ein bisschen weil ich hätte das gern alles in einer Folge dann drinnen das in der nächsten Folge ich weiß es noch nicht ob wir wirklich das so machen dass wir alle Missionen erst fertig machen weil es sind schon die hören sich schon cool an die Missionen so ist es nicht aber es wird langsam kalt irgendwie vorne war es so warm oh mich hat da was gestochen ach nö und die lernen es nicht die hocken da nur da und machen nichts was da mach deinen Job blöde Kuh jetzt habe ich aber richtig Hunger ja da ist doch ein Futterladen was geht mit dir die stehen da vor dem Laden ich habe schon Hunger ne das ist ja Eis und das ist Getränke das Eis kommt weg aber wir brauchen einen Eisladen ich dachte da wäre ein Hotdog ähm da ist ein so jetzt komm schon Gorilla ist richtig gucken wir uns das mal an das brauchen wir durchschnittlich Trainingslevel von 2 wir haben doch schon Party 2 Level ach alle oh nee oder warte wenn ich Stufe 2 erreicht ja halte 15 Besuch wir sind schon bei 50 Besucherzufriedenheit passt perfekt hier Zufriedenheit hauen wir auch gleich wieder hoch es ist bloß der hier der uns wundert sieht gerade weil er Früchte will oh Früchte ah meine Hintern oh oh Bobbis oh okay ich werde langsam echt müde ich habe eine Idee wir laufen mal durch den Park ich möchte auch mal auf den Aussichtspunkt hoch mhm das ist immer die Stadt hier hinten okay oh ist doch ganz cool da 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 guck mir nicht so grimmig cool Sheddy's bin diesen Sonntag auch wieder beim bei Sheddy's wo sie also ähm im Stall und wo dann ein bisschen aushelfen nebenbei und oh da hat sie zwei schwarze Shetland Honies oh das Wetter okay ja gut das verstehe ich auch dann hat sie aber nicht nur Sheddy's sondern Alpakas und Schweine und einen großen Lanseer also einen großen Hund und ähm viele Esel und ein großes Pferd und dann wird da eben ähm ja den Stall gemacht mit den Tieren eine Runde gelaufen und so ja ist ganz schön freue ich mich schon drauf also bis die Folge rauskommt es ist wieder rückwirkend also es ist ja der 27.7. also Opa stand da gerade Opa dran ja Opa 18 oh der hat Geld dabei okay ich werde langsam echt müde Stufe 2 erreicht das müsste doch jetzt langsam funktionieren Schimpanse bekommt Junge Tiff soll in das gehen das ist ein Bubi weg es zieht uns wieder runter von den vom Durchschnitt zieht es uns wieder runter deswegen so 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 Modella oh komm schon das dauert so lang warum schau es da aus aus den Tiefen komm weg damit damit sie es anhört der Park ist gerettet und strahlt wieder wie in alten Zeiten genau so haben es sich die chinesischen Behörden vorgestellt du hast einmal mehr deine Kompetenz als Krisenmanager unter Beweis gestellt na Gott sei Dank ich hab schon gedacht das hört niemals auf oh je zum Hauptmenü so ich hab jetzt auch ein riesen Stück rausschneiden müssen meine Lieben weil ich hab jetzt insgesamt eine Stunde 27 aufgenommen und hab zwei Missionen gemacht oh mir juckt es überall oh die scheiß schnaken gibt es einen neuen König der Tiere ist das nächste ich helfe den chinesischen Behörden bei der Rektor des Affenparks äh kannst du es nicht schnell machen Dubai ist Dubai baue ein Tierpark und werde mit dem harten Wüstenklima fertig halte Tiere und Pflanzen aus aller Welt und stelle sie zufrieden okay das wird hart so meine Lieben ich hoffe natürlich dass es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid ich hab's Fenststoff und der Zug fährt grad also der Zug ist weit weg aber es ist dunkel draußen wir haben jetzt viertel nach zwei Uhr also viertel nach zwei nachts und ich werde jetzt aufhören und lege mich dann in mein kuscheliges Bett und werde dann schlafen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder bis dann ciao ciao Bis zum nächsten Mal.